Kathak, ein Name für einen indischen Tanzstil, der insbesondere in Nordindien populär ist. Deshalb Kathak ist auch ein Hindi-Wort. In Kathak wird Tanz verbunden mit Erzählung. Letztlich wird Erzählung von göttlichen Taten auf dieser Welt getanzt. Das ist auch im Bharatanatyam so. Bharatanatyam sicher die bekannteste Tanzform und auch die älteste der Tanzformen. Aber gerade Kathak ist besonders bekannt dafür, dass die indische Mythologie getanzt wird. Deshalb kommt es auch von Kathar. Kathar heißt ja Erzählung, Geschichte, insbesondere die Erzählung der Geschichten von den Taten Gottes und der großen Heiligen und Weißen. Und in Kathak wird die Erzählung nicht einfach nur in Worten und mit Musik begleitet, sondern eben getanzt. Und daher Kathak, also ein nordindischer Tanzstil. Kathak, ein Hindi-Name für einen nordindischen Tanzstil.